Was wollen wir? Können! Was wollen wir? Verjüben! Hopp! Reden uns! Wir wünschen euch alles Gute für den Abstandsschritt. Schüsse mit ihr auf! Wir stehen hinter euch! Wir glauben euch! Ihr arbeitet das! Ein Teller Spaghetti Calvo Lama und ihr arbeitet das ohne Probleme! Wir kommen nach zwei Städte in der Liebe! Reden uns! Reden uns! Reden uns! Wir stehen hinter euch! Ihr Parken! Werden kommt für dich, kann man für dich! Reden! Werden kommt für dich, kann man für dich! Reden uns! Im Namen der ganzen Jungs-Märts-Alle wünschen wir euch viel Glück von Gertarovs. Und wir stehen... Reden uns! Reden uns! Reden uns! Reden! Reden uns! Reden uns! Reden uns! Jungs, es ist nicht einfach. Aber wir glauben euch! Ihr arbeitet das! Wir sind tief vorne, aber wir stünden zu. Wir glauben euch! So Jungs, jetzt geht es endlich um die Wurst. Ich kann euch sagen aus Erfahrung, es spielt keine Rolle, ob man Aufsteigspiel oder Absteigspiel spielt. Es wird einen Weg, eine sensationelle Kulisse geben. Es wird um etwas gehen, es wird Dampf in der Partie sein und ihr werdet euch immer daran erinnern können. Ich wünsche euch viel Erfolg, geniessen die Kulisse und denkt daran, miteinander arbeiten wir das. Wir stehen hinter euch. Hop Devils! Wir freuen uns, ein Glück für uns, und unsere Hufen nicht mehr Worten. Wir stehen hinter euch. Auf mein Leben zu verleuen. Und ich bin echt nervös. Ich bin echt nervös. Wir stehen hinter euch. Aufstehen! 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 Jetzt heisst es einmal ab mit Tose. Einsatz für Einsatz, Spiel für Spiel, mit dem Ziel, die Saison mit dem Sieg zu beenden, Jungs. Ich glaube euch, ich kenne die Situation und es ist nicht mega geil. Aber das ist eben Laub und Schul-Uni OK. Boys, geniessen's! Geht hart rein! Gebt alles! Ich glaube euch! Ihr arbeitet das, Jungs!